Hi, ich bin Johanna, ich arbeite im Hotel Schwärzler und ich bin stellvertretend für die Küche da und bin Chef Departee da. Eigentlich habe ich immer im Service gearbeitet und jetzt konnte ich mir gar nichts anderes mehr vorstellen. Also ich bin irgendwie sehr in die Küche angekommen zur Zeit, obwohl das gar nicht geplant war. Im Hotel Schwärzler legt man sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit. Also es ist hohe Qualität, aber sehr bodenständig und sehr neutral angerichtet. Sie wollen einfach nur, dass das Top-Produkt mit der Top-Qualität im Vordergrund steht. Und das ist eigentlich das, was die Küche von Hotel Schwärzler ausmacht. Ich liebe die Gastro. Jetzt arbeite ich schon fast sieben Jahre in der Gastro. Also es ist mein Leben sozusagen jetzt. Weil unser Team nicht nur Kollegen sind, sondern Freunde. Und das ist eigentlich das, warum du da arbeitest.